Ja, ihr Lieben, hallo, wunderschönen guten Abend nach draußen. Die zweite Sendung an diesem Tag, wir haben den 19.03.2020 und Detlefs Sendung jetzt bei Wegnus Radio, Wegnus TV, ist jetzt heute leider ausgefallen. Er hatte zu tun, ich hatte auch mit der Verena auch wieder den ein oder anderen Disput heute gehabt. Und dann hatte die Verena die Idee, ja, wir könnten doch jetzt mal heute, wenn Detlefs Sendung ausgefallen ist und in Anbetracht der aktuellen Lage noch ein bisschen was zum Coronavirus machen. Und da hatte ich dann auch den Achim angeschrieben gehabt und hatte auch den Michael angeschrieben gehabt, der vielleicht um, was haben wir jetzt, wir haben jetzt sechs nach halb neun um 21 Uhr vielleicht sich nochmal zuschaltet. Weiß ich nicht, da gab es jetzt so die ein oder andere Panne und eben auch, wobei ich das nicht als Panne bezeichnen darf, ich habe dann die Verena von Pascal wieder angebimmelt gehabt und das hat geklappt und dann wollte sie den Michael in die Sendung bringen, der allerdings nicht online war und hat dann unabsichtlich bei ihrer Freundin Bea draufgeklickt, während der ist jetzt mal neun. Also, es war nicht so, dass ich auch nicht so einfach die Türkeitsstelle, weil ich das nicht so frei gemacht habe. Und da war nicht so, dass ich ganz sicherlich bin, Ich auch nicht, ich bin ein bisschen weiß, ich bin ein paar Jahre lang. Untertitelung des ZDF, 2020